Servus, ich bin der Sepp, Bergwanderführer von Alpine Welten. Wart ihr schon mal in Lichtenstein beim Wandern? Die meisten werden es kennen, weil es durchfahren. Es liegt zwischen Österreich und der Schweiz. Ich mag Wandergebiete total gern, die Kontraste bieten. Wenn man über Felder ansteigt, ein bisschen Wald mit dabei hat und ein bisschen Fels mit dabei hat. Ich mag total schroffe Berggipfel und genau das findet man in Lichtenstein. Es ist ein eher unbekanntes Wandergebiet und es ist relativ wenig los. Genau darum wollte ich dann mal hin. Wir haben Gipfel bis 2600 Meter. Von den Gipfeln sehen wir eine Reihe in den Gletscherberg und sehen einen Bodensee. Wir haben drei Berghütten und ein total dichtes Wandernetz. Über 400 Kilometer Wanderweg in dem kleinen Fürstentum. Die Wanderung ist mittelschwar, die Bergweg auch. Außer man geht über das Wahrzeichen von Lichtenstein, die drei Schwestern. Dann wird es deutlich schwerer. Schaut euch die Tour mal auf der Webseite an und ich würde mich freuen, wenn wir mal gemeinsam miteinander unterwegs wären.